Hey ho und schmerzlich willkommen zurück in Freiburg, ach nein, bei mir Schinkie, zweite Episode der zweiten Staffel, bei der wir versuchen ein realistisches Streckennetz auf die Beine zu stellen, was mir eigentlich gelingen sollte. Ihr seht das schon an diesem schönen Wendekreis, den wir beim letzten Mal gebaut haben und außerdem werden wir wie versprochen heute mal gucken, dass der Zug nicht auf dem Rangiergleis bis hinten an den Prellbock fährt, sondern einfach ein bisschen früher schon stoppt, damit wir hier nicht Zeit verlieren. Außerdem ist dann angesagt, ihr seht das nämlich, wir haben wahnsinnig viele Personen, die hier in Wilhelmshaven stehen, das ist alles verlorenes Geld, das müssen wir mitnehmen, indem wir einfach noch einen Bahnhof bauen und die Strecke erweitern, dass der Zug noch weiter fährt. Vielleicht schaffen wir es sogar mal so eine Art S-Bahn oder so aufzubauen. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt mit mehreren Zügen, die die Personen einsammeln, denn das ist wirklich ein guter Weg, hier das Geld zu scheffeln. Gut, ja, lasst uns mal langsam anfangen. Ich schaue kurz in die Aufträge hier. Wir haben also den Auftrag für Holzstämme bekommen, aber das ist alles kein Problem. Das können wir jederzeit noch machen. Eins nach dem anderen. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir brauchen erst mal Geld. Fangen wir an mit dem Rangiergleis. Jetzt habe ich gerade natürlich das mit dem S-Bahn-Betrieb gesagt. Ach, das hat mich jetzt natürlich völlig rausgeworfen, weil dann brauchen wir auch dieses Rangiergleis an der Stelle nicht mehr. Lohnt sich vielleicht nicht mehr zu verändern. Aber es kann ja sein, dass ihr extra einschaltet, weil ihr wissen wollt, wie das geht. Und deswegen gucke ich da auf jeden Fall mal eben rein. Dazu müssen wir in den Zug gehen. Das kann man für jeden Zug anders einstellen, falls das Rangiergleis von mehreren Zügen verwendet wird. Gut, ihr seht schon, das ist der Wegpunkt 4, den ich da gesetzt habe. Strecke. Freiburg, klar. Jetzt sind wir hier in Wilhelmshaven. Dann fährt er zu diesem vierten Punkt. Ich muss aber jetzt allerdings, ja, ich muss mal sagen, ich denke mal, das reicht, wenn der auch tatsächlich bis dahin fährt. Wie lang ist der denn ungefähr? Ja, weil er muss schon in der richtigen Länge da reinpassen. Das nimmt vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Dann lösche ich mal diesen vierten Punkt und setze ihn neu. Vielleicht ungefähr hier. Das müsste gehen. Hier so ungefähr, ja. Das müsste hinhauen. So, und dann werden wir einfach da auch sofort noch diesen Schalter klicken. Hier fügt Auftrag zum Stoppen und Umkehren des Fahrzeugs zu. Also genau in diesem Wegpunkt, da seht ihr jetzt, ist direkt danach eingefügt worden. Immer letzte Stelle dieser Liste. Und die sind jetzt praktisch auf der gleichen Stelle. Das merkt das Spiel irgendwie automatisch. Und der Zug wird jetzt bis zu dem Wegpunkt fahren und dann anschließend hier so halten und nicht bis zum Ende durchfahren. Wir beobachten das mal kurz, ob das auch funktioniert. Seht ihr, jetzt habe ich doch ein bisschen das Spiel beschleunigt, damit das jetzt schneller... Jetzt mache ich es spannend. Jetzt mache ich es spannend. Moment. Ich habe euch in der letzten Folge, in der ersten Episode erzählt, dass ich kein Fan bin von diesem Beschleunigungsspiel, diesem Speedgaming in diesen Aufbausimulationen. Ich gucke halt gerne zu. Seht ihr, und tatsächlich hält er ungefähr hier so auf der Höhe. Ist immer noch zu weit hinten, aber es ist okay. Wir hängen ja vielleicht noch einen Waggon an und dann geben wir auf Nummer sicher, das ist überhaupt etwas, was wir tun können, denn hier werden viele Personen transportiert. Allerdings, so, jetzt zum nächsten Schritt. Das funktioniert hier wunderbar. Er fährt auch jetzt wieder dahin, wo er soll. Das ist also alles heil geblieben. So, jetzt wollen wir mal überlegen. Jetzt möchte ich noch eine weitere Stadt anschließen. Ich habe überlegt, vielleicht Düren zu nehmen hier unten. schaue ich mal hier so. Ja, das ist doch ganz flach hier. Das ist nicht schlecht. Vielleicht, ja. Auf der Seite ist flacher, das ist besser. Vielleicht reiße ich mal hier die Kirche ab. Das wird alles nochmal neu gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm. Können wir ruhig mal die Städte ein bisschen pimpen hier. Warum nicht? Jetzt kommt da der Bahnhof hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. So, dann habe ich gesagt, was ist, wenn wir jetzt eine Art S-Bahn bauen? Also ein wirklich, ein Zugbetrieb in beide Richtungen mit zwei Zügen, sage ich mal. Ist doch ein bisschen blöd mit den ganzen Bergen hier, aber gut, da müssen wir jetzt eben mit leben. Dann soll es allerdings auch zweigleisig losgehen und vor allem brauchen wir dann doppelte Bahnhöfe. Und das ist das schöne Mischchen, das kann man auch machen. Man kann also zwei Gleise oder Bahnsteige nebeneinander legen. Ich lasse das Spiel jetzt mal ein bisschen laufen. Manchmal wird es dann vielleicht etwas lauter, aber wir müssen Geld verdienen. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen sind mir gerade die Ocken abhallen gekommen. Äh, weiß nicht wirklich warum. Okay, jetzt habe ich hier jedenfalls den Bahnhof erweitert. Noch nicht erweitert, jedenfalls zwei Bahnsteige gebaut. Den kann ich jetzt auch direkt noch ausstatten hier mit was? Das ist halt ein bisschen knapp jetzt mit dem Geld. Ich glaube, das spare ich jetzt erstmal noch etwas, damit ich die Gleise legen kann. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ihr lacht euch jetzt natürlich schlapp, weil ihr gesehen habt, wann das Geld verschwunden ist. Aber ich habe es nicht mitbekommen. Ich hatte doch noch über 2000 und jetzt ist irgendwie alles weg. Naja. Ein Problem ist jetzt dieser Bereich hier hinten. Wir müssen jetzt hier wieder eine Wendeschleife einbauen, damit der dann hier langfährt und auf der anderen Seite zurück. War das das Baggern hier? War das so... Ach, das ist so teuer, die Häuser abzureißen. Ach, das ist das erste Mal, dass ich das erkenne. Oh, liebe Leute. Nee, dann lassen wir das mal lieber, ne? Ach du meine Güte. Ja, ich habe ab noch so groß getönt. Seht ihr, da ist mir doch schon so ein Fehler passiert. Ja, haben wir was dazugelernt, ne? Dann muss ich doch mal erst bis hier hinfahren. So, und dann geht es hier mal rum. Zack. So. Dann haben wir hier schon mal den Wendekreis gemacht. Oder was ist das, eine Kehrschleife? Oder ich weiß nicht, wie man das jetzt im Eisenbahner-Jargon so nennt. Und hier haben wir ein Problem. Da müssen wir mal gucken, was wir hier so hochkommen. Ich werde das hier terraformen. Und das Gleis hier hochführen. Jetzt mal gucken, wo muss ich ungefähr hin? Ach, das hat doch noch ein Stückchen. Äh, Moment. Das wäre hier dieses. Kann man sich so ein bisschen vorzeichnen, sag ich mal. Ich möchte ja möglichst gerade Strecken haben. Das muss hier nochmal weg. Das muss nochmal geplättet werden. Zack. Ah ja, okay. Und das vielleicht hier nochmal. Und dann könnte das schon fast hinhauen. Der kommt hier an. Vielleicht könnt ihr dann schon hier die Kurve beschreiben. Vielleicht können wir hier auch eine kleine Kurve einbauen. Das war dann irgendwie so. Ja, da seht ihr, das ist echt knifflig. Ich darf keine Schrägen haben. Die mache ich gleich noch weg. Das Geld wird knapp. Oh mein Gott. Diese eine Ecke da vorne. Diese eine Ecke hier. Die will mich nicht machen lassen, wie ich will. So. Jetzt aber. Prima. Ja, hier werde ich noch etwas reparieren müssen. 200 Ocken noch. Es wird knapp. Abspannung. Komm, das schaffen wir. Wir kriegen das hin. Dann kommen wir schon vorzulter weg. So, jetzt wird das zweigleisig gemacht. Boah, so viele Leute. Ja, komm. Ja, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Boah, ich denke, ich lasse den jetzt erstmal etwas fahren. Also, dass wir ein bisschen Geld reinbekommen und dann mache ich den Rest. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Doppelgleisig. Prima. Und auch schon 244 Leute da am Bahnhof. Ja, das klappt. Das ist eine sichere Bank, würde ich mal sagen. Jetzt muss aber nichtsdestotrotz erstmal dieses Gleis wieder weg. Und ich muss auch wieder, ja, denke ich mal, das Spiel stoppen, damit ich dann auch das Streckensystem oder die Route von dem Zug neu einstellen kann, den zweiten Zug auf die Gleise bringen kann. Wir warten mal ab, bis Zug 1 in Freiburg angekommen ist. Und dann muss ich das erstmal alles hier umbauen. Ich denke mal, das Geld sollte gerade eben reichen. Ich denke mal, noch ein Waggon dran ist vielleicht dann auch mal angesagt. Machen wir das gleich alles schön der Reihe nach. Oder der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie wir es noch schaffen. Weg mit diesem Gleis. Es ist nicht mehr benötigt. Es ist wirklich eine Fehlplanung gewesen meinerseits. Aber dafür haben wir mal gesehen, wie das funktioniert. Und das es funktioniert. Und wir werden sicher noch mal sowas bauen müssen. Auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir das dann nicht mehr. Jeder Zug hat für jede Richtung ein Gleis. Und das machen wir jetzt hier so. Ja. Ja, diesen Abzweig können wir ruhig so erstmal lassen. Das ist einmal rechts, einmal links. Das passt sehr gut. Führe ich das jetzt bis Freiburg weiter. Jetzt sind sie verbunden. Also beide Bahnsteige werden wirklich als eine Station erkannt. Das ist sehr schön. Ja, auch unseren tollen Wendekreis. Ja, den lasse ich jetzt hier mal stehen. Hör mal, Eisenbahn. Du musst jetzt hier mal eben stoppen. Mit dir mache ich gleich ganz andere Sachen. Du musst gleich erstmal in den Lokschuppen fahren. Das ist auch sehr schön. Man kann ja jederzeit manuell eingreifen und die Züge dann selber steuern. So, was mache ich jetzt hier? Das ist natürlich blöd. Aber da muss ich mir was ganz komisches ausdenken. Jetzt hier, warte mal. Wie ist das? Wie komme ich denn hier raus? Wenn ich jetzt hier um die Kurve gehe, wann kann ich denn... Hier ist ein schöner Abzweig. Ja, das soll ja immer schön aussehen, finde ich. Also ein bisschen nett. Und ja, der wäre ganz genau richtig. Und würde dann so... Ja. Das wieder weg. Huch, was mache ich denn jetzt? Ja, wir sind manchmal ein bisschen mit den Knoppen hier so ein wenig durcheinander. Komfort, Komfort. Oh, ein Herz. Wir haben ein Herz gebaut, Leute. Das ist ja schön. Guckt euch das mal an. Sehr gut. Okay, das Gleissystem ist jetzt dicht. Was jetzt noch ganz wichtig ist, dass wir entsprechende Signale und auch noch Abzweige einbauen. Und zwar zum Beispiel würde ich vorschlagen, hier am Lok schuppen, dass man hier irgendwie versucht, nach rüber zu gehen und auch in die andere Richtung. Schauen wir mal. Der Zug fährt rechts nach oben und könnte hier nach links rüber. Er käme von oben und könnte auch nach links rüber. Links genau das gleiche rum. Er kommt von oben und kann hier wechseln oder er kommt von unten und kann da aufs andere Gleis wechseln. Dann ist also für alle Möglichkeiten jetzt was vorhanden. Diese Übergänge, die werden wir jetzt allerdings mit Signalen ein bisschen unterbrechen, dass da kein Malheur passiert. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir jetzt hier die, ich denke mal den Wendekreis lasse ich mal so. Und was ich immer mache, ist, dass ich die freien Strecke wirklich großräumig blockiere mit Signalen, dass da wirklich keine zwei Züge drauf sein können. Ja, hier wird nichts passieren, genau. Nächstes Signal ist eigentlich erst nötig hier hinten in diesem Wendekreis. Obwohl ich überlege gerade, das möchte ich mal ausprobieren. Ich habe dieses, so eine Schleife noch nicht mit drei Stationen. Boah, ich denke mal, wenn die Mittleräts, ich denke, das ist jetzt okay. Die fahren jetzt beide ungefähr immer auf der anderen Seite los und warten immer, bis alles frei ist hier. Denn Bahnhöfe selber gelten ja nicht als Signal. Das ist kein Block. So, aber das ist jetzt erstmal okay. Was wir jetzt brauchen, ist der zweite Zug. Und der hier, der fährt völlig falsch. Jetzt den müssen wir auch erstmal zurückschicken. Ja, genau, die müssen wir erstmal zurückschicken in das, in den Lokschuppen. Zum Lokschuppen klickt man da einfach. Und dann werden wir dem auch die Strecke ganz neu zuteilen. So, da fährt er hinein. Wir gehen in den Lokschuppen und schauen uns mal an, was wir noch brauchen. Wir brauchen noch eine Lok. Was kostet die? Was kostet die? Oh, wie viel mehr Kohle hier. Prima. Und dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Anhänger. So, denn die Züge, die beiden, die da jetzt verkehren werden, die sollen beide jeweils 4 Waggons haben. Ganz normale Personenwaggons. Das kommt ja gerade so hin. Wunderschön, wunderschön. So, und jetzt können wir dem ersten eigentlich wieder die Strecke zuteilen. Und zwar ist die nicht mehr so, wie wir sie brauchen. Die können wir ganz löschen. Diese ganzen Wendepunkte und Streckenpunkte haben keine Bedeutung mehr. So, ich lasse den einen einfach jetzt Richtung Freiburg fahren. Den anderen lasse ich, mache ich den ja. Der hat ja noch Leute von Freiburg drin. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, ob die dann da aussteigen, wenn die da auch eingestiegen sind. Ich würde sagen, doch, dann testen wir es mal aus, ne. Lasse ich den doch erstmal nach Freiburg fahren. Dann soll der hier nicht irgendwie wieder zurück, sondern er soll da hinten in den Wendekreis fahren. Und jetzt durch Beretter nach Wilhelmshaven. Von dort aus weiter. Nach Düren. Jetzt auch hier wieder in den Wendekreis, da hinten hoch. Oh, Düren habe ich noch gar nicht betitelt. Müssen wir gleich noch ändern. Das können wir auch nachträglich noch machen. Das Spiel erkennt das. Der soll jetzt natürlich nicht nochmal in Düren halten. Er ist ja gerade erst losgefahren. Sondern er soll wieder erst in Wilhelmshaven halten. So, von Wilhelmshaven kann er zurück nach Freiburg. Und da geht die gleiche Schose von vorne los. Und mit dem zweiten Zug machen wir das ähnlich, nur andersrum. Der fährt erst nach Wilhelmshaven. Und dann werden die sich schon irgendwie einrenken, die beiden. Hauptsache, sie stoßen nicht zusammen. Und es gibt keine Warnmeldung. Dann habe ich vielleicht doch was falsch gemacht. So, erstmal nach Wilhelmshaven. Dann nach Düren. In den Wendekreis. Wie geht der Wilhelmshaven? Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Um Gottes Willen. Geht schon wieder gut los. Aber ich bin ein guter Ding. So, jetzt hier. Und dann soll er auch wieder... Nicht in unseren alten Wendekreis. Er würde auf dem gleichen Gleis zurückfahren. Dann könnte es vielleicht doch ein bisschen knifflig werden. Das Herz sieht so schön aus. Ich weiß nicht. Das ist doch wirklich wunderbar. Sehr symbolisch. So, wir haben es. Lassen wir mal losfahren hier, die beiden. Gucken, wie das Spiel das so regelt. Und stoßen jetzt schon im Lockschuppen zusammen. Das wäre es. Subvention, wenn wir sobald wir sechs Züge haben, sehe ich gerade. Ja, wunderbar. Ist noch alles nicht amtig. So, der fährt jetzt nach links. Das müsste der erste sein, der hier nach Wilhelmshaven fährt. Ja. Cool. Und dann nach diesem Signal wird der nächste Zug rauskommen. Tuto auch. Der wartet jetzt sehr lange. Stimmt. Der wartet jetzt sehr lange, weil der ganze Bereich hier noch nicht abgetrennt ist. Weil er denkt, das Gleis ist besetzt. Ich weiß aber jetzt hier, dass das keine Gefahr ist. Und deswegen kann ich ihm sagen, nächstes Signal ignorieren. Das werden wir öfters tun bei solchen Situationen, wenn wir aus dem Lockschuppen kommen oder einen Zug sogar mal über eine weitere Strecke irgendwo überführen müssen. Das ist das, was ich meinte, dass man ja auch sehr schön eingreifen kann in das Spiel und auch mal ein bisschen selber fahren kann. Ihr wisst ja auch, Mischinki soll eines Tages tatsächlich ja auch eine First-Person-Steuerung bekommen, wo man im Lockschuppen... Ah, Quatsch, im Lockschuppen, im Lockführerhaus, sag ich mal, den Zug fahren kann und die Signale beachten muss und sowas. So, das läuft hier schon ganz gut. Der sucht sich hier schon seinen Weg. Da bin ich mal gespannt, wie die sich hier einrinken. Sehr gut. Ja, Leute, und ich würde auch sagen, ich beobachte das weiter, wir müssen jetzt erstmal wieder Geld verdienen, bevor es weitergehen kann. Mit 100 Ocken komme ich jetzt nicht weit. Deswegen freue ich mich auf die dritte Folge. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei und schaust zu. Hinterlasst doch bitte ein Like, falls dir gefallen hat. Und falls du neu bist, abonniere den Kanal. Es kommt ja noch ein bisschen mehr, Mischinki und ähnliche Spiele sowieso. Und von daher freue ich mich auch aufs nächste Mal. Auch freue ich mich ganz besonders auf deinen Kommentar, den du hoffentlich hinterlassen wirst. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Musst du ja auch nicht machen. Aber schön ist trotzdem. Bleibt sauer, habt viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.